Sprachreisen für Erwachsene – Ihr Weg zum Erfolg Die Schulbank drücken oder modernen Sprachunterricht genießen? In einer ausgezeichneten Sprachschule sollten die Lehrer möglichst pädagogisch gut ausgebildete Muttersprachler sein. Die Schule sollte zudem über ein fachgerechtes Unterrichtskonzept, eine gute Infrastruktur mit modernen Medien und über möglichst kleine Lerngruppen verfügen. Meist finden Sie auf der Website des Anbieters Bilder, Videos und genaue Beschreibungen über die Sprachschule. So erhalten Sie vorab einen guten Einblick darüber, was Sie vor Ort erwarten können. Online werden in der Regel auch Einstufungstests vorgenommen, damit sie von Anfang an der passenden Lerngruppe zugeordnet werden. Die meisten Sprachschulen organisieren ein ansprechendes Kultur- und Freizeitprogramm für Erwachsene. Tipp! Erkundigen Sie sich schon vor Ihrer Abreise über Sehens- und Erlebenswertes an Ihrem Zielort. Dann können Sie gezielt ein für Sie passendes Programm auswählen. Große Bandbreite an Kursen Bei der Wahl des richtigen Kurses gibt es ebenfalls einige Punkte zu beachten. In der Regel haben Sie die Wahl zwischen Kleingruppenkursen, Kombi- oder Intensivkursen, Einzelkursen und Businesskursen. Die Kurse werden meist zwischen 15 bis 30 Unterrichtseinheiten pro Woche angeboten. Die Lerngruppen sind in der Regel international zusammengesetzt und bieten so die Möglichkeit, Mitschüler aus anderen Ländern kennenzulernen. Die Gruppengrößen können je nach Schule differieren. Die voraussichtliche Größe der Lerngruppe können Sie beim Sprachreiseanbieter anfragen. Bitte beachten! Bei einem Kurs mit 30 Unterrichtseinheiten wird der Unterricht mitunter in den Nachmittagsstunden liegen. Dies kann Einfluss auf die Wahrnehmung eines Freizeitprogramms haben. Hier sollten Sie Prioritäten setzen. Ähnliches gilt für Intensiv- bzw. Kombikurse. Sie unterscheiden sich vom normalen Gruppenkurs meist durch eine höhere Zahl an Unterrichtseinheiten, kleineren Lerngruppen oder durch zusätzlichen Einzelunterricht. Wer eine Sprache möglichst schnell und intensiv lernen, aber auf ein Zusammenleben mit sozialen Kontakten nicht verzichten möchte, dem sei ein solcher Kombikurs angeraten. In den zusätzlichen Einzelstunden wird individuell auf Stärken und Schwächen des Lernenden eingegangen. Dies gilt auch für Einzelkurse. Diese eignen sich am besten, wenn besonders intensiv und ablenkungsfrei gelernt werden soll. Businesskurse bieten das Erlernen und korrekte Anwenden des fachspezifischen Vokabulars. Sie werden oft von Unternehmensmitarbeitern als berufliche Weiterbildung wahrgenommen oder als Bildungsurlaub beantragt. Mindestens Grundkenntnisse sollten beim Besuch eines solchen Kurses vorhanden sein. Letztlich entscheiden Sie selbst, welchen Komfort Sie auf Ihrer Sprachreise genießen möchten. Bei guten Sprachreiseanbietern haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Varianten wählen zu können. Bezüglich der An- und Abreise können Sie meist wählen, ob Sie diese in eigener Regie organisieren oder doch lieber die komplette An- und Abreise inklusive der Flughafentransfers über den Sprachreiseanbieter buchen möchten. Hotel, Apartment, Guesthaus oder Privatunterkunft Und auch bei der Unterbringung sollten Sie auswählen können. An den meisten Standorten herrscht kein Mangel an Übernachtungsmöglichkeiten. Oft arbeiten die Sprachinstitute vor Ort mit verschiedenen Beherbergungsunternehmen zusammen. Sie verfügen zum Beispiel in der Regel über einen Pool mit ansprechenden Privatunterkünften bei bewährten und zuverlässigen Gastgebern, mit denen Sie in der Landessprache kommunizieren. Manche Sprachinstitute unterhalten sogar ein eigenes Gästhaus oder Apartments. Wenn Sie auf einen individuellen Komfortwert legen, buchen Sie ein Hotel über den Sprachreiseanbieter oder in Eigenregie. Achten Sie darauf, dass die Sprachschule von Ihrer Unterkunft gut erreichbar ist. Vielleicht können Sie ja den Schulweg mit einem Strandspaziergang oder Stadtbummel verbinden. Das Reiseziel Bei der Frage nach dem Zielort für Ihre Sprachreise sollten Sie abschließend vor allem eines im Blick haben. Suchen Sie ein Reiseziel, welches auch vom kulturellen Hintergrund und von den möglichen Freizeitaktivitäten her zu Ihnen passt. Da es in allen angebotenen Destinationen Sprachinstitute mit einer großen Bandbreite von Kursarten gibt, stehen Ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen an erster Stelle. Mögen Sie das Flair einer Großstadt mit seinen zahlreichen Möglichkeiten der Zerstreuung oder wünschen Sie sich einen gemütlichen Ort mit Ruhe und Muße zum Lernen. Am Meer? In einer historischen Stadt? Naturnah? Modern? Sie haben die Wahl. Spezielle Altersgruppen 30+, 50+, und so weiter Meist werden die Sprachschüler gemäß ihres Sprachniveaus in die entsprechenden Klassen eingeteilt. So kann es im Extremfall auch vorkommen, dass in einer Klasse fast alle Altersgruppen vertreten sind. Wer Wert auf eine homogene Altersstruktur legt, für den sind spezielle Programme, wie zum Beispiel 30+, oder 50+, genau das Richtige. Hier sind auch die Freizeitaktivitäten auf die entsprechende Altersgruppe zugeschnitten und im Kreis von Gleichgesinnten lernen Sie interessante Leute kennen. Sprachreiseanbieter Nicht am falschen Ende sparen Ein verlockend günstiges Angebot kann Sie am Ende teuer zu stehen kommen. Prüfen Sie, welche Leistungen im Preis enthalten sind. Bei manchem Sprachreiseveranstalter finden sich versteckte Zusatzkosten. Ein guter Anbieter zeichnet sich durch Transparenz bei Angebot und Preisen aus. Bei der Suche nach einem guten, verlässlichen Sprachreiseanbieter sollten Sie Ihr Augenmerk auf seriöse Bewertungsportale, zum Beispiel ProvenExpert oder Sprachreisen.org richten. Ein weiterer Qualitätshinweis ist die Mitgliedschaft des Anbieters in einem Fachverband, wie zum Beispiel der Fachverband Deutscher Sprachschulen und Sprachreiseveranstalter e.V., FDSV. Hilfreich ist im Übrigen nicht zuletzt ein Blick auf die Traditionen der Anbieter. Oft hat es einen guten Grund, warum manche Veranstalter schon lange erfolgreich am Markt sind. Sie überprüfen Ihre Partner vor Ort regelmäßig und so sind auf die Dauer nur die besten Sprachschulen in Ihrem Angebot. Ein weiteres Indiz für einen guten Sprachreiseanbieter ist die Qualität seiner Beratung. Stellen Sie gezielt Fragen zu allem, was Ihnen wichtig ist. Zum Beispiel, welche Kurse Sie für die Erlangung eines bestimmten Zertifikats belegen müssen oder ob schon feststeht, wer Sie am Flughafen abholt, wie weit Ihre Unterkunft von der Schule entfernt liegt oder wie die Schule ausgestattet ist. Bei Dr. Steinfels Sprachreisen können Sie sich sicher sein, dass wir ständig auf alle genannten Qualitätskriterien achten. Und das seit über 55 Jahren. Bei uns sind Sie in den besten Händen. Was ist Ihnen bei der Auswahl einer Erwachsenen-Sprachreise besonders wichtig? Bitte hinterlassen Sie Ihre Antwort in den Kommentaren. Ich hoffe, Ihnen hat unser Video gefallen. Falls ja, dann klicken Sie doch bitte auf Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Hier veröffentlichen wir regelmäßig interessante Videos zum Thema Sprachreisen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017